Das neueste Drama von Roe ist der und beinhaltet nichts Geringeres als Meghan Markles überraschenden Auftritt bei der Gala des Children's Hospital Los Angeles 2024. Laut der Zeitschrift People wurde sie dabei gesichtet, wie sie sich unter einige der größten Namen der Anwesenden mischte, darunter Krankenhaus CEO Paul Viviano und Amerikas beliebte Late Night Moderator Jimmy Kimmel. Diese Veranstaltung ist jedoch mehr als nur eine Wohltätigkeitsgala. Es hat sich zu einem ausgewachsenen PR-Spektakel entwickelt. Meghan trat heimlich ein und schien jede ihrer Bewegungen zu berechnen. Die Teilnehmer behaupteten, sie sei warmherzig und zugänglich. Aber haben sie wirklich vergessen, dass sie schon öfter als Tyrann abgestempelt wurde, als wir zählen können? Wer braucht Kontext, wenn man den roten Teppich für einen Zweifel-eins-Deal ausrollen kann? Megans warme und verschommene öffentliche Persönlichkeit und eine Ablenkung von diesen lästigen Vorwürfen der Ungnädigkeit. Laut der Zeitschrift People teilte Meghan einen unvergesslichen Moment mit einer anderen Teilnehmerin, die ebenfalls M. hieß. Wie rührend. Aber lassen sie uns einen Moment innehalten. Wenn sie wirklich der Star der Show war, warum gibt es dann inoffizielle Fotos von ihr, wie sie an Vivianovs Tisch oder anderswo sitzt? Offenbar verlässt sie sich darauf, dass niemand diese intimen Abendessenszenen dokumentiert hat. Die einzigen Beweise, die wir haben, sind Bilder der offenen Bereiche des Veranstaltungsortes und der Bühnenpräsentation mit Demi Levato, die dem Publikum ein Ständchen bringt. Ach ja, denn nichts schreit so sehr nach einer echten Verbindung wie das Fehlen eines fotografischen Beweises. Lassen sie uns nun über ihre angeblich gemütlichen Gespräche mit Viviane sprechen. Hat sie sich wirklich an ihren Tisch gesetzt? Oder ist das nur ein weiteres Beispiel für ein Gespräch mit dem CEO auf dem roten Teppich, ohne tatsächlich etwas zu essen? Vielleicht hatte sie ein kurzes Gespräch und verwechselte es mit einer Einladung zum Abendessen. Wir können uns ihren hektischen inneren Monolog nur vorstellen, als sie den Raum nach lauernden Sicherheitsleuten absuchte, oh nein, ich sollte nicht hier sein. Dann muss ich dem CEO sagen, wie großartig er ist, bevor ich überstürzt in den Ruhestand gehe. Währenddessen sinniert der CEO darüber, wer die mysteriöse Frau in dem schlecht sitzenden roten Kleid sein könnte. Hier wird es noch spannender, ihre Freundin Kelly Zink, die angeblich an Kimmels Tisch gesessen hat, hat pflichtbewusst mit allen um sie herum Fotos gemacht. Aber Moment, wo ist das Bild von Meghan? Es ist fast so, als hätte sie einen unsichtbaren Umhang, der sich in Luft auflöst, wenn die Kamera läuft. Molli Mkornay, Kimmels Frau und Co-Moderatorin der Veranstaltung, hat überall Bilder geteilt, aber raten Sie mal, wer bei all den Feierlichkeiten abwesend ist? Du hast es erraten, Meghan. Packen wir also folgendes an, Meghan soll angeblich an einer Gala teilgenommen und mit Leuten wie Jimmy Kimmel am VIP-Tisch gesessen haben, doch auf allen Fotos fehlt sie auffällig. Das ist so, als würde man zu einem Konzert gehen und kein einziges Mal das Publikum sehen. Das ist nicht nur peinlich. Es ist geradezu erbärmlich. Versucht sie immer noch, das Narrativ zu widerlegen, dass sie eine missverstandene Berühmtheit ist, während ihre neuen besten Freunde sie absichtlich ignorieren? Um das Ganze noch schlimmer zu machen, ist Kellys Instagram mit verschiedenen Gala-Momenten gefüllt, enthält aber keinerlei Schnappschüsse mit Meghan. Vielleicht zeigt dies, wie schnell sich die Begrüßung unter Transaktion allen Freunden abnutzen kann. Können Sie sich das vorstellen? Es ist fast zu schön, um wahr zu sein, Meghan wurde auf eine Fußnote in Social Media Feed einer anderen Person reduziert. Meghan Markles jüngster Versuch, wieder ins Rampenlicht zu rücken, hat mehr Fragen als Antworten hervorgerufen. Saß sie mit dem CEO zusammen? Keine Bilder, keine Beweise, es ist nicht passiert.